So ist es jeder Abend. Immer Beef, immer Stress, immer Rumgehäule. Und das muss ich schon seit 25 Tagen oder so mitmachen. Rudi, alles gut? Vorsicht! Hör auf! Okay. Du verdrehst immer die Gegenbau und steckst deine Finger. Du wirst ein Team arbeiten. Wie du das schon in der Kamera machst? Ich hab heute den Foto, du hast mir das schon... Alter! Alter Sonnenpferd! So, jetzt kommt der Moment, wo ihr alle ein Lachverspiel bekommt. Außer ihr habt es schon gesehen. Jetzt sagen 1, 2, 3, go! Es ist einfach zu geil, wo Peter und ich das gesehen haben. Wir konnten einfach nicht mehr scheißen kleinen Kopf an. Oh Gott, was ist hier los? Lol, Detlef! Partyspiele! Wir haben es zwar verpasst, aber hier kommt es rein. Lieber Wolki. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Wolki! Happy Birthday to you! Jaaaaaaah! Du machst deine Frage, der schmeißt in die Luft oder was? Wir fangen uns heute an. Jan und Rewi heute als Special Gast. Und Game of Time kommt später noch dazu. Und Sander... So hat Revenilo gemalt, schau mal, ja. Das gefällt dir, ne? Zwei gegen eine. Das ist der Fuß, der die gestern irgendwo getunkt haben. Boah, nein, geh mit dem Fuß weg, ey. Alter. Wer hat den dritten Schmerz bekommen? Was? Ich glaub, der ist tot. Oh, der ist tot. Wo ist er? Er ist nicht klar gegangen zum Sterben. Oh mein Gott. Ey, Leute, Simon hat gerade... Nido, wir sind wirklich anders. Ich sag nicht, du triffst kurz. Aber er hat noch stärker. Alter, wundervoll. Wir haben Nido ausgesperrt. Er wird die Tür eintreten. Nido? Nido? Das ist zu gut. Alter. Wer ist das? Eskaliert komplett. Eskaliert komplett. Ich glaub, wir müssen das soziale Experiment abbrechen, oder? Nido wurde fast vom Nachbarn zusammengeschlagen. Oh mein Gott. Nido. Okay, jetzt mittig bleiben. Springen. 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 Jetzt Bande. Jetzt Bande mittig. Oh. Nein! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Zeige mal. Jetzt gerade auf die Bande und nicht verdenken. Jetzt nicht verdenken. Nice. Nochmal. Links lenken. Links lenken und Sprung. Was? 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 Das war doch safe. Was? 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 Es tritt. Nido. 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 Er hat mich gebissen. Alter. So was kannst du nicht auf Twitch machen. Ah. Auf Twitch. Ich kann nie wieder auf Twitch trainieren. Alter. Alter. Boah. 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 Hohoho. Hohoho. Hau rein. Ja. Das war extra. Weil das ist ein Cheat Code, den wir gerade machen. Wenn man an der Stelle einmal runterfällt. Jetzt hier so zurückläuft. Dann da wieder hin. Den Stern jetzt nimmt. Diesen Pils. Dann da kurz vor anhält. Und den Stammverschlag auf den Stern drauf macht. Sich da verwandelt. Aber jetzt. So lenkt. Dann da gegen breit. Dann da gegen breit. Dann da gegen breit. dann da, dann dort, dann dort, dann dort, dann hier, dann hier und dann über diese Stacheln rüberspringt, ohne sie zu berühren und dann sich extra da treffen lässt, schnell wieder zurückläuft, aber jetzt nochmal eindreht, die Stacheln weg macht und dann... Hier, nimm das Leben. Das ist ja eher wie ein Rage-Grid. Und dann, jetzt so langläuft, dann ist es auf jeden Fall Win. Ich zeig euch den Sheet-Code. Okay, nichts machen, chill, chill, chill. Doch, ich will das gar nicht essen. Okay, und? Sprung! Ja! Der Sheet-Code, der Sheet-Code! Ja. Ja! Der Sheet-Code, Bums! So, und die Zwiebel gibt es jetzt auf jeden Fall zu essen. Okay, Leute? Guten Hunger, ne? Aber ich hasse öfter Zwiebel. Kann man nur die Abgangs-Demel. Die andere Äpfel, die Zwiebel. Ja, ich hasse öfter Zwiebel. Ach so. Ist ich scharf? Schon, also, ich bin viel schärfer als die. Ja, ja. Ja, tut. Ich bin sch... Ich, äh... Und? Schon weg? Ja. Ja, GG auf jeden Fall. Also, ich... Ja, jetzt meinen... Habe ich mich erschrocken. Ja, und ich das war. Schön, dass du gewohnt bist. Wir hätten dich so sehr vermisst. Schön, dass wir hübschbeisammen sind. Begratuliere dir, Geburtstag im... Das ist schlimmer. Echt? Montag, Dienstag, Mittwoch. Das ist ganz egal. Dein Geburtstag ist im... Ja, doch nur einmal. Heute ist dein Geburtstag. Darum feiern wir... Alle Freunden freuen sich mit dir. Zwei, zwei, zwei. Was ist hier los? Das ist hier los.